Moinsen Der K.O. der Videospiele mal wieder Ich habe keine Ahnung wo ich bin wenn ich ehrlich bin Ja okay hier ist wohl ein Einsatz Ich habe das Spiel Nämlich geschlossen und wieder gestartet und dann bin ich hier gespawnt Ach ist da oben, ah hier ist die Polizeistation oder? Ja stimmt, da oben habe ich hier den Part beendet Jetzt bin ich hier unten in der Straße und einsetzt es vor uns Alles klar, klingt nach dem Plan Hin da Na, was sind die Feinde? Kein Feind hier Nur Manhattan voraus Oh, Manhattan Da drüben Hinter dem Gebäude ist eine Bar Der beste Whisky Sour von Manhattan Falls wir die Stadt retten, spendiere ich nen Drink Sorry Wenn wir sie retten Ah, da kommt er Nice Der Rest von uns sitzt in diesem Heli Unglaublich, dass es jetzt wirklich so weit ist Dann los! Holy Moly Was war das denn? Ah, scheiße, mein Bein Mein Bein Ich glaube jetzt kommt der Übergang zu dem Start, den man in der Beta hatte Da war mit ihr auch verletzt in einem Heli unterwegs Glaube ich zumindest Dass das jetzt so der Übergang ist Massive Entertainment Unglaublich, dass es jetzt wirklich so weit ist Gute Arbeit Gute Arbeit, Agent Halt'n Sie durch Erfolgt freigeschaltet Aktiviert Halt'n Sie durch Bleiben Sie wach Ich brauch Sie Hör'n Sie Das wird wieder Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir Shit Die Explosion hat den Commander getötet Wir haben einen Job zu tun Den erledigen wir Es ist nur... Landung in einer Minute Sie müssten erst gleich auf der rechten Seite sehen Ich hab mehr über die erste Welle herausgefunden Die sind alle entweder tot oder werden vermisst Also liegt es jetzt an uns Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen Und zwar schnell JTF-6-8 an Tower Sicht auf den Hudson Ja, zwei Division-Agenten an Bord Die Explosion vorhin war Ihr Taxi Okay, JTF-6-8 klar zur Landung Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann Tja, wir haben keine Zeit Ich vertraue Ihnen Das muss ich wohl Ich hoffe bei Gott zu Recht Willkommen am Hudson Pier Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet Wer hat hier den Befehl? Käpt'n Benitez Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden Aber wir haben den Kontakt verloren Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein Niemand zieht von hier ab Wir holen uns die Stadt zurück Nehmen Sie mit, was Sie brauchen Ich komme hinterher Viel Glück, Sie werden es brauchen Jep, genau so fingen auch die Beete von The Division an Interessanterweise war es da aber am Nachmittag Und die Sonne schien hier so rötlich hin Jetzt haben sie sich also dafür entschieden, das in der Nacht zu machen Sie finden ihn direkt am Tor Interessant Ich brauche eine Trage hier am Dock Interessant Ah, da kommt die Trage Ich glaube, ich möchte das noch ein bisschen beobachten Was die hier so machen Beeilet euch mal ein bisschen Die Lady ist verletzt Ja, ich glaube, hier passiert nicht mehr Dann wollen wir mal Ich glaube, auch das wird der nächste große Schritt Wenn eine neue Konsolengeneration da ist Dass man diese Lebendigkeit von Städten und Welten Einfach endlich mal richtig einfängt Wisst ihr, was ich meine? Das wäre Weiß nicht, das wäre so der nächste geile große Schritt Der Gaming einfach so richtig realistisch macht Na, Dude Ich bin sauber Ich bin weiß Ich habe keine Drohnen dabei Ich will auch so einen Anzug Nee Schade Ich bekomme wohl mal wieder keinen Weißt du Ich verstehe, warum wir dieses Zeug gehangen müssen Moinsen Videospielcode hier Seid ihr AFK? Gammelt im Menü Ja, gammelt ich auch mal im Menü Jetzt gammelt wir alle im Menü Sind wir nicht toll? Irgendwas kann man hier noch aus dem Ubisoft Club Sich holen, habe ich gehört Ein paar Gratis Sachen Abgesehen davon, dass Dieser Club und Uplay behindert Ohne Ende ist Ist das okay Ja, hier Notfallrucksack Freischalter Toll, ne Hm, die ist auch gratis Der Rest kostet Kostet diese Uplay Credits Dass jemand durch spielen Einfach bekommt Na gut, ja Hintergründe brauche ich jetzt nicht Da bin ich auf dem PC Da nicht so gebunden Gut Gratis scheiß abgesahnt Habe ich eigentlich noch Irgendwelche geilen Klammern jetzt Naja, das ist schon so die Beste Die ich gerade habe Okay, was haben wir denn hier Hey, ich sehe doch, dass Sie was kaufen wollen Die Preise werden Ihnen zusagen Denke ich auch So Die kann ich ja wieder verkaufen Habe ja eine bessere mittlerweile Die Pistole brauche ich nicht mehr Und das nicht Mit Level 4 kann ich dann auch endlich Die Super 90 Nehmen Danke für den Einkauf Freue mich So, was haben wir hier Waffenhändler Brauche ich nicht Was verkaufst du Einsatzbericht anfordern Mach ich mal Oh, du siehst müde aus, Agent Und ich sage es ja nur ungern Aber es gibt noch so viel zu tun Also denk dran Wolle ist bei diesen Wettbewerbs zu tätig Du brauchst, Schätzchen Okay, ich habe die ganze Zeit zugehört Man sieht sich Ist hier noch irgendwie was Geiles zum Holen Hey du Hey, hey Rein nicht weg, Spasti Schlag dich Na gut Rein ruhig Dann wollen wir mal Die große Welt Oh, halleluja Das kommt mir doch wieder bekannt vor Wie in der Beta Ja, ist irgendwie zu, ne Läuft nicht so weit Ist auch schön So vor der Tür Einfach Die Leichensäcke Ungeziefer Verbreiten nur Krankheiten Das können wir bei dieser Epidemie nicht gebrauchen Oder Pandemie Ich weiß gar nicht, betrifft das Na ja Können wir auch vorstellen Dass Division dann so eine große Reihe wird Einfach wo man dann In verschiedenen Städten Division Mitglieder spielt So, wo habe ich denn meine Nächste, erste Mission Oder wie groß ist die Stadt jetzt überhaupt Jetzt sehe ich die ja mal im Ganzen wahrscheinlich Okay Kann man da oben hin? Ne So groß ist die eigentlich gar nicht Es geht So, da pümmel ich Und da ist ein Kampf Gehen wir da mal hin Na, was willst du haben? Na, fuck it Wir brauchen mehr wie sie Ich kenne ja aus der Beta Dass die einem Kleidungsstücke geben Ja, Mann Danke Aber jetzt habe ich kein Medi-Pack mehr Jetzt muss ich natürlich aufpassen Dass ich nicht aufs Maul komme Und schnell Level 4 werden Für eine zweite Hauptwaffe Das ist jetzt so der Plan Die Textur hat irgendwie langsam nachgeladen Geh lieber in Sicherheit, Leute Die Nacht ist gefährlich Auch für Weiße Oder gerade für Weiße Greifen wir mal die Feindbasis an Ich dachte, da wäre was Schönes Nein, da ist sowas Hallo Wir sind jetzt auf Sendung Ja Ich will nur allen sagen Dass das Das, was wir jetzt erleben Das ist nicht das Ende der Welt oder so Die Welt hat schon lange vor uns existiert Und sie wird noch lange nach uns existieren Was wir jetzt sehen Ist nur unser gerechter Lohn Wir misshandeln den Planeten Wir misshandeln die Gesellschaft Wir misshandeln uns selbst Es ist also überhaupt nicht unfair Aber hoffentlich ist es diesmal nur eine Warnung Und zukünftige Generationen lernen aus unseren Fehlern Mehr wollte ich nicht sagen Gott segne uns alle Ach die Amis Wenn wir mit ihrem Gott segne euch Und Gott segne Amerika Etc So Den Anführer ausstellen Ich hätte vor, sowieso jeden auszuschalten Warnung Markierte Feindhauptquartiere entdeckt Scheiße, nein Willst du mich loswerden? Die sind überall Läng locker Hier ist kein Mensch Hier, pass mal auf Siehst du? Uh, da sind vier Das wird Nicht so leicht, glaube ich Feindliches HQ neutralisiert JTF-Leitstelle informiert Und Weg mit Scheiße Und Erste Hilfe Set Perfekt Das habe ich gebraucht Uh, ich bin Level 4 Keine Scheiße Ja, wow Natürlich ist die Waffe besser Aber ich kann nicht zweimal Das geht ja leider nicht Oh, kann ich jetzt noch eine Fähigkeit Eigentlich mal holen? Aufklärungsdaten Was ist das denn? Mhm Ach, Scheiße Hallo, Sie sind jetzt auf Sendung Wie viel es davon gibt Heilige Scheiße Äh, wo war denn das jetzt? Ach, da waren die Fähigkeiten So Ähm Nachher Abwehr 5 Achso, achso, achso Ja, ich bin jetzt auf So was brauche ich, so ein Turret. Ich glaube ich werde mich auf diesen Zweikel spezialisieren. Einfach nur so. Ich stehe auf so einem Kram. Achso, hatten die hier noch Beute oder so? Der hier lacht bestimmt irgendwo scheiß in der Ecke. Sag ich doch. Pfff. Her damit. Und mal die neue Waffe ausprobieren. Schick. Damit stürme ich hier das Haus. Gut. Ich würde sagen. Lief doch. Die Sonne geht auf. Und der Part endet hier. Bis denn Leute. Bis dann.